Musik Wie früher, Johann, wie früher. Ja, gut. Toll. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, wir sind schon wieder am Essen hier. Zunächst mal herzlich willkommen. Grüß Gott bei Genießnapfgurdeutsch, Leibgerichte aller Lafa. Herzlich willkommen. Meinen Gast heute vorzustellen ist eigentlich nicht notwendig, aber trotzdem. Hauptdarsteller in Ein-Mann-Will-Nach-Oben. Dann 90 Folgen im ZDF, ein Fall 4-2. Jetzt Dr. Sommerfeld im Praxisbüller-Wogen. Hier ist er. Herzlich willkommen, Rainer Honnold. Hallo, Johann. Guten Tag. Rainer, wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind befreundet, wenn ich das so sagen darf, jetzt. Und ich freue mich wahnsinnig sehr, dass du hier bist, denn ich glaube, uns beide verbindet etwas, nämlich das gute Essen und Trinken, oder? Nicht nur, aber das ist schon ein wesentlicher Punkt, das finde ich auch. Ich sage immer, du bist der beste Koch unter den deutschen Schauspielern. Oh, das höre ich gern. Ich kann ein Kompliment zurückgeben, du bist der beste Schauspieler unter den deutschen Köln. Gut. Ja, unsere Zuschauer wissen das mittlerweile. Wir haben ja hier eine Sendung Leibgerichte aller Lafa. Das heißt, du hast uns auch diesmal freundlicherweise verraten, was dein Leibgericht ist. Es ist nämlich ein gebackener Fisch und dazu ein Kartoffelsalat. Warum gerade das? Weil es mich an eine unglaublich glückliche Zeit erinnert, an meine Kindheit nämlich. Wir haben jahrelang die Schulferien an der Ostsee verbracht und nach langen Tagen in der Sonne, ich war immer rot wie eine Tomate, damals hat man noch nicht so an Hautkrebs gedacht, kamen wir nach Hause und dann gab es gebratenen, gebackenen Fisch mit Kartoffelsalat. Und das hat sich so eingeprägt bei mir. Zum einen, weil ich eh natürlich in einer wunderbaren Situation war. Ich konnte im Sand spielen, ich konnte schwimmen. Ich war so gut drauf und dann gab es noch Lebensmittel, die gut waren. Der Fisch wurde morgens vom Fischer gekauft, der nachts gefischt hatte, in den Kühlschrank gelegt und dann haben wir ihn am späten Nachmittag gegessen. Und das war eine so schöne Situation. Wir waren alle zusammen, wir hatten ein schönes Wetter. In der Kindheit nimmt man das ja mal alles ganz intensiv wahr. Also es war so eine Art Paradies. Und immer, wenn ich sowas bekomme, muss ich daran denken. Und ich muss ja ein Kompliment machen, das schmeckt wirklich so wie damals. Was man so zwischendurch als gebratenen Fisch bekommt, das ist ja oft ein bisschen was anderes. Ich meine, du bist ja sehr erfolgreich, das muss man ja nicht besonders betonen, das wissen auch unsere Zuschauer. Was ist das Geheimnis von meiner Honnold? Ach, also was den Beruf betrifft, glaube ich, dass ich mich nicht verstelle. Ich bin in meiner Art zu spielen immer sehr dicht an meiner eigenen Persönlichkeit dran. Und ich habe Glück gehabt. Diese Persönlichkeit scheint in die Fernsehlandschaft zu passen. Also wenn ich mich jetzt ständig verstellen würde und mich als Sympathieträger, so heißt mein Fach, es ist ein komisches Wort, aber als solcher werde ich immer besetzt, mich als Sympathieträger nur gebären würde, das würde mir auf Dauer niemand glauben. Seit fast 25 Jahren glaubt man mir aber, was ich spiele. Da habe ich einfach Glück gehabt. Ja, jetzt der Arzt mit sehr viel Einfühlvermögen, aber vielleicht was anderes. Ich meine, wir haben ja schon viele Stunden gemeinsam verbracht. Was mich so fasziniert ist, dass du wirklich, wenn man das sagen kann, isst und trinkst mit absoluter Leidenschaft. Woher kommt das denn so? Es sind nicht die einzigen Leidenschaften, aber wenn ich Dinge gerne... Nein, gar keine Zote, also ich fahre auch leidenschaftlich gern Motorrad zum Beispiel. Es ist einfach, wenn mich etwas interessiert, wenn etwas gut ist für mich, dann betreibe ich das sehr intensiv. Ich bin ein absolut genussfähiger Mensch. Und Essen und Trinken, das sind Dinge, die für mich fast meditativen Charakter haben. Mein Beruf ist sehr stressig, das geht anderen Leuten auch so. Ich will mich damit gar nicht brüsten, aber mir tut es dann gut, mich in die Welt der Genüsse zu begeben. Und da gehören gutes Essen und gute Weine natürlich dazu. Was gibt es eigentlich Schöne, sage ich mal, wie gut essen und trinken? Aber könntest du dir vorstellen, jetzt zum Beispiel aus diesem klassischen Essen, Kartoffelsalat und diesem gebackenen Fisch, mal was anderes zu machen? Also das ist schwer, weil ich dieses Gericht als dieses Gericht kenne und das jetzt zu variieren, müsste ich nachdenken, also spontan. Vielleicht fällt mir was ein. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß, ja. Gut, du gehst schon wieder arbeiten, schade. In der Tat mache ich heute auch was mit Salat, aber nicht nur einen ganz einfachen Kartoffelsalat, sondern ich habe zumindest mal folgende Hauptzutaten vorbereitet. Ich habe hier geräucherte Fische. Beginne mit einer Makrele, dann habe ich daneben Aal und eine geräucherte Forelle. Und dann habe ich da noch Kartoffel. So, jetzt werden Sie wahrscheinlich raten, was könnte das denn werden? Ich mache nämlich einen Salat, einen Maultaschensalat, und zwar machen wir Kartoffelmaultaschen, und diese werden gefüllt mit Räucherfischen, und zwar heute nehme ich geräucherte Forelle. Alles klar, genießen auf gut Deutsch. Feine Küche, bodenständige Küche unseres Gastes, der Kontrast. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Wir beginnen gleich mit unseren Maultaschen. Und wir haben dazu natürlich erstmal Kartoffeln, mehligkochende Kartoffeln im Salzwasser gekocht. Sie sehen sie hier, große Kartoffeln. Immer gucken, ob sie schon weich sind. Jawohl, das Messer geht rein. So, das heißt für mich jetzt im Klartext, ein Handtuch suchen, und dann die Kartoffel jetzt abgießen. So. Bei diesem Topf geht das wunderbar. Er hat vorhin so einen Schüttrand, da läuft nichts nach hinten. So, und jetzt, liebe Zuschauer, muss man natürlich diese Kartoffel ausdämpfen lassen. Das könnte ich jetzt hier auf dem Herd machen, das machen wir aber nicht, sondern wir werden jetzt diese Kartoffel auf ein Backblech legen. Wo ist das hin? Aber wir haben hier noch eins. So. Und, dann müssen diese Kartoffeln natürlich zum Ausdämpfen hier in den Ofen. Ja? Gut. Steffi, alles klar, was machst du? Ich versuche, Charlotte, nicht so schlafen. Prima, 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 prima. Warte mal. So, das Blech raus. Okay, rein damit. Jetzt stellen wir hier ein, und zwar, nehmen wir, was nehmen wir denn hier? Oben- und Unterhitze und dann ein bisschen weniger noch, so 180 Grad. So. Und dann lassen wir diese Kartoffel ausdämpfen. Was machst du jetzt? Wie nennt sich das? Ich versuche, sie in Würfel zu schneiden. Du versuchst. Erstmal gucken wir her. Das Messer ist schon mal nicht gut, weil wenn du mit dem Messer schneidest, dann kannst du hier nicht richtig schön am Brett schneiden. Wenn die Finger sind hier, siehst du da die störende Finger, ja? Also du musst schon mal ein größeres Messer nehmen. Jetzt schaust du mal zu, ich zeige dir das mal. So, das tun wir mal zur Seite. Liebe Zuschauer, jeder hat mal angefangen. So. Jetzt, das schon her. Eine Schalotte. Halbieren. Dann hier so Fächer reinschneiden. Jetzt einmal querschneiden. Und dann hier einfach, siehst du, so ganz langsam wiegen und dann hast du hier schöne kleine Schalottenwürfel. Zufrieden? Ja, ich glaube, ich muss auch viel lernen. Ja gut. Im Leben muss man immer lernen. Wenn ich das sehe. Ja, prima. Schön. Okay, ich schneide noch ein paar. Die können auch ein bisschen grober sein jetzt hier. Denn, liebe Zuschauer, ich muss jetzt noch eine Soße davon machen, beziehungsweise erstmal brauchen wir jetzt die Räucherforellen. Ja, also Räucherforellen habe ich hier im Ganzen. Sollen also möglichst frisch geräuchert sein. Nicht zu alt sein. Und dann gehe ich also her und werde eine Forelle erstmal zerteilen. Den Kopf abschneiden. So, und dann kann man hier hinten, da so oben, ein bisschen die Haut aufschlitzen. Jetzt versuchen wir hier, die Haut abzuziehen. Wie man auch sonst wenn man einen Fisch gebraten hat, den Fisch filiert. So, dann nehmen wir einen Löffel und nehmen wir das Fleisch einfach runter. Und geben das schon mal in eine Schüssel. Und Vorsicht, dass keine Geräten reinkommen. Die ist Rückseite genauso. So, denn die Haut und das brauchen wir gleich. Mal gucken hier, ein bisschen höher schärten da. So, alles klar. Das wird nämlich jetzt dann meine Füllung. Wenn so viele Leute zuschauen, dann geht das wieder nicht runter hier. Okay, aber das reicht mir schon mal. Also Sie sehen jetzt hier, ich habe da richtig schönes, reines, geräuchertes Forellenfleisch für unsere Füllung nachher. Da kommt noch was dazu. Wir machen aber zunächst mal einen Ansatz. Das heißt, wir machen so einen Fond von diesen Räucherfischgeräten. Denn diesen braucht man nachher, um ein Sabion aufzuschlagen. Indem wir hier zunächst mal die großen und kleinen Schalotten von Johann und Stefanie in einem Topf mit heißem Butterschmalz anbraten. Dann geben wir dazu die ganzen Abschnitte hier. Das heißt, die Haut und den Kopf und die Gräten. Dann geben wir rein etwas Knoblauch. Passt sehr gut zu Fisch. Dann habe ich hier ein Gewürzkraut. Ich denke, liebe Zuschauer, vielleicht für Sie nochmal zum zeigen, das ist frischer Dümjan. Davon gebe ich ein bisschen rein. Dann geben wir dazu etwas Pfeffer, grob gemahlen aus meiner Pfeffermühle hier. So, kurz anbraten. Sie können es leider nicht riechen, aber es ist ein herrlicher Duft, dieser Räucher. Duft da von den Räuchern. Dann geben wir dazu zum Ablöschen erstmal ein bisschen Essig. Dann geben wir rein etwas trockenen Wermut. Und dann geben wir dazu etwas Weißwein und lassen das Ganze einkochen. So, jetzt müssen wir noch was anbraten. Und zwar in einer Pfanne. Werden Sie gleich sehen, so eine Einlage für den Kartoffelteig. Denn ich finde es einfach langweilig, Kartoffelteig immer nur gewürzt mit Salz, Pfeffer, Muskat. Geben Sie mal was dazu, was richtig tolles Aroma hat. Zum Beispiel nehmen wir Butter jetzt, in dem speziellen Fall bei mir, lassen die Butter zerlaufen und geben dann rein kleine Würfel geschnittenen Schalotten und lassen diese jetzt hier schön knusprig braun anbraten als Einlage für unseren Kartoffelteig. Apropos Kartoffelteig, was machen eigentlich unsere Kartoffel? Ja, sind jetzt schön ausgedämpft. Raus damit. Und jetzt, liebe Zuschauer, können wir eine Arbeit, die ich hasse, weil man sich immer so gerne die Finger dabei verbrennt, schälen dieser heißen Kartoffel. Ich habe ja was, die Finger verbranchen. Ach, finde ich nicht. Komm, hilf mir mit, bitte. Hier ist ein Messer. Genau. So. Schön schälen, da. Gar nicht so einfach, ich glaube, mit dem Handtuch geht es doch besser. Das geht schon. Geht schon? Ja. Wie geht es dir eigentlich? Gut. Gut? Ich habe mal gehört, stimmt das? Was denn? Wer heiß anfassen kann, kann heiß lieben. Was sagst du dazu? Nichts? Ja, das ist schon eine sehr interessante Theorie. Ja? Du siehst, ich muss ein Handtuch nehmen, deswegen kann ich so heiß anfassen. So, jetzt schöne Kartoffel hier. Ich werde die jetzt gleich durchpressen, warte mal. So, jetzt meine Presse hier. Ich bin heißer schon halt noch, damit meine Tübe schön braun werden. So. Jetzt einfach die Kartoffel noch heiß bitte durch die Kartoffelpresse, denn wenn es kalt wäre, dann gibt es noch richtig Leim. Ja, es soll richtig schön ein toller Teig werden. So, geht's? Ja. Bisschen schwierig. Ja. Schön dick abschälen, dass das Außen alles weg ist da. Ich möchte nämlich nicht, dass die Kartoffeln da ziemlich großzügig, einfach schön großzügig abschälen. Okay. Die sind hier wunderschön trocken durch das Ausdämpfen. Sollte man auf jeden Fall machen. So, und müssen Mehli kochen, seine Kartoffeln. So. Ja, so ist besser. Hast du fertig? Nein, alles schon wegschneiden. So, rein damit hier. So. Okay. Ich würde sagen, das reicht jetzt hier. Die Kartoffeln waren sehr groß da. So, okay. Okay, kannst du jetzt mitnehmen. Kannst du jetzt so schön die Kartoffeln auch, ne? Da kannst du jetzt Salat vormachen jetzt. Okay, alles klar. Was machen wir jetzt alles rein, liebe Zuschauer, in den Teig? Zunächst mal kommen rein Eigelbe. So. Wichtig für die Bindung natürlich, damit der Kartoffelteig nachher auch zusammenhält. Jetzt erst mal verrühren. Dann geben wir dazu Petersilie. Gehackt natürlich. Wir geben rein auch für die Bindung Stärkemehl. Aber da, je nachdem, wie feuchte Kartoffeln sind, nicht alles auf einmal reingeben. Je nachdem, werden Sie gleich sehen, wie die Konsistenz wird. Zwischendurch schaue ich jetzt mal, was machen diese Schalotten. Sie sehen, die bekommen jetzt hier schon eine goldbraune Farbe. Wichtig für das Aroma. Wir würzen dann den Teig mit Muskatnuss. Dann geben wir rein Salz aus meiner Mühle. und zum Schluss natürlich jetzt das Angebratene. So, und schon werden Sie sehen nachher, der Kartoffelteig schmeckt einfach anders. Aber zunächst mal alles gut verrühren. So, Steffi, bist du zufrieden mit mir? Ja, sieht gut aus. Bist du so nett und rollst den Teig jetzt mal wieder aus, hier schön auf der Fläche, da oben, guck mal, hier mit Mehl richtig schön dick einstäuben, alles hier, Rollholz ist auch da hier. Ja? Dann machen wir gleich, dann nachher füllen wir beide die Tavioli, ja? Ja. Mit was füllen wir sie? Sie wissen ja noch, Räucherfeuillenfilets ohne Gräten. Sehen Sie hier, etwas zerdrücken mit einer Gabel. So, dann geben wir dazu für mich ein ganz tolles Gewürzkraut, nämlich Basilikum. Basilikum einfach dann in so feine Streifen geschnitten, ja? Und diese Streifen geben dem Ganzen nachher so ein tolles Aroma. Ebenfalls reingebe ich etwas Creme Fraiche und wir geben noch dazu ein bisschen was Scharfes, Chili aus der Gewürzmühle. So. Das jetzt schön gut verrühren. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Füllung für diese Maultaschen oder Ravioli. Gut, ich denke, das ist alles einfach zu machen. Wie weit bist du? Aha, sieht schon mal ganz gut aus. Lass uns ein bisschen Platz machen hier. So, lassen wir mal gucken schnell. Du musst gucken, dass dieser Teig auf keinen Fall klebt. Aber hast du gut gemacht. So, geht, geht, geht. Siehst du, auch wichtig ist beim Ausrollen immer gleichmäßig, ja? Nicht, dass der Teig hinten zu dick ist und vorne zu dünn, ja? Siehst du so? Ja. Dann nehmen wir einen Pinsel. Das überschüssige Mehl so viel abklopfen hier, oder das heißt abklopfen vielmehr abpinseln. Machen wir darauf jetzt hier solche Häufchen. Eingelb jetzt, liebe Zuschauer, damit das Ganze auch nachher zusammenhält. Auch schön dazwischen pinseln hier. Und jetzt kommt das Wichtigste, jetzt muss man das Ganze hier umklappen, ja? Hier auch drüber. So. Schön festdrücken, ein bisschen. Und dann nehmen wir einfach so einen Ravioli-Ausstecher. Kann man vielleicht mal zeigen, ja? Da ist also hier so ein Teil, das wird reingedrückt, ja? Sehen Sie? Und dann kriegt man hier wunderschöne Ravioli. So, eins, zwei, drei, und vier. So. Ich denke, auch das, liebe Zuschauer, ist kein Problem zu machen. Die möchte jetzt gekocht werden in einem Topf mit kochendem Wasser und natürlich ein bisschen Salz. Ich freue mich drauf. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, hoffentlich auch, wenn Sie das nachmachen, sind wirklich ganz tolle Maultaschen. Wir machen jetzt dazu noch so eine Schmelze und die besteht bei mir erst mal aus Speckstreifen, die angebraten werden. So. Bei einer Schole isst man ja auch immer so angebratenen Speck dazu. Hier bei meinen Maultaschen auch. Einfach in heißen Pfanne braten lassen. Dann werden wir unseren Räucherfisch-Sud zunächst mal durch ein Sieb gießen. ein herrlicher Duft. Und geben jetzt dazu Eigelbe. Denn das gibt ja einen wunderschönen Sabayon. Da haben wir noch so einen Kessel. So. Da geben wir jetzt alles rein. Das werden wir jetzt gleich aufschlagen. Wir würzen das Ganze schon mal mit ein bisschen Pfeffer und mit Salz. Gut, was macht der Speck hier vorne? Der ist schon schön angebraten. Sie sehen hier, hat eine tolle Farbe. Dann geben wir jetzt dazu etwas Zucker und Essig mit Zucker leicht glasieren. Mit Eschig ablöschen. So. Das gibt was Tolles. Jetzt werden wir die Maultaschen hier rausnehmen. So. Da reinmachen. Und ganz langsam jetzt hier drinnen braten lassen. So. Dann können wir jetzt hergehen und über diesen heißen Wasserdampf unseren Sabayon aufschlagen. Ich bin ja gespannt, was die Schwaben jetzt dazu sagen werden, wenn der Johann solche Heser-Doffen-Maultaschen geträumtlich macht. Aber die schmecken einfach gut. So. Die drehen wir jetzt kurz nochmal um hier. herrlich, 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 herrlich. So. Ah, der Essig. Langsam braten lassen. Sie sehen hier, der Sabayon hat eine wunderschöne Konsistenz. Runternehmen. Und jetzt einfach noch dazu langsam Rapsöl einlaufen lassen. Hervorragend schmeckt das. So, und dann liebe Zuschauer, werde ich jetzt das Ganze auf Kopsalat anrichten. Ich freue mich sehr, mit 300 gleich essen zu können. Ich halb was zum Beispiel. Ja, und Silvieh-Zuschauer sollten nach wie vor wissen, dass unsere Rezepte in der Zeitschrift Essen und Trinken alle abgebildet sind. Dort ist alles ganz genau beschrieben, damit Sie das alles nachkochen können. Jetzt Rainer, schaut's aus. Du, ich bin begeistert. Es ist erstaunlich, wie raffiniert auf einmal so einfache Dinge wie Kartoffeln und Fisch schmecken können. Ja, also ich denke auch, die Kombination mit diesem Saboyant und dann dieser gut geräucherte Fisch, das passt hervorragend zusammen. Und die leichte Säure durch den Essig, das ist einfach toll. So, lieber Rainer, unsere Gäste bekommen immer zum Schluss, du siehst hier ein schönes Geschenk, und zwar eine Salz- und eine Pfeffermühle mit deinem Namen graviert. Das soll dich immer an uns erinnern. Ich hoffe, dass du demnächst nur deine Speisen mit diesen beiden Mühlen würdest. Ab sofort. Ja. So. Ich danke dir. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt mit deiner Familie mal auf eine einsame Insel auswandern müsstest? Oh, also ohne dir zu schmeicheln, ich würde den ganzen Stapel deiner Kochbücher mitnehmen, in der Hoffnung, dann endlich mal Zeit zu haben, richtig zu kochen. Ja, und den Fisch selbst fangen und schön zuzubereiten. Ja. Rainer, es hat mir viel Spaß gemacht. Es war sehr schön wie immer. Du bist einfach ein ganz toller Mensch. Alles Gute für dich. Und für Sie, liebe Zuschauer, auch alles Gute. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Es hat uns Spaß gemacht. Kochen Sie es nach. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.